Ja, hallo, hier ist Homo Fitchi, wieder hier mit X-Wing und DJ und ohne Jaharro. Ja, ohne mit. Ohne Jaharro. Ja, Jaharro. Ja, jetzt wahrscheinlich. Heina erstmal. Ja, Heina und so. Ich glaube, ich bin der Einzige von euch, Reihen, Vieren, der das nicht aufnimmt, ne? Kann das sein? Es nehmen zwei auf. Und du bist der Einzige. Ich nehme aber nicht auf, weil 16, 17 Stunden Upload mache ich nicht mehr. 17 Stunden Upload? Ja, ich... Sehr gut, ey. Ja, wie groß die Folge ist, ne? Ja, du sollst auch keine 5 Stunden folgen. Ja, es liegt aber an diese 0,5 Upload. Ass mich. Ich habe für meine Loot-Hunt-Challenge-Videos von 3 Minuten, habe ich auch immer 2 Stunden Upload gebraucht. Was? Das ist doch ein Witz, Alter. Ey, ich komme da nicht hoch, was soll die Scheiße doch jetzt? Ja, gut, ähm, viel Spaß für euch, ne? Jo, bis dann. Ciao. Ciao. I'm gonna go to the Quest, Korsi. Das sind die, die ich hingeschnitten habe, glaube ich, ne? User disconnected. Jetzt weiß jeder, was für ein Programm ich benutze. Ah. Wie disconnected jetzt weiß ich wieder, aber es ist so viel Programm benutzt, was? Ja. Jetzt wissen alle, was für ein Programm zum Reden wir benutzen. Dass wir nicht Skype nutzen, weil Skype scheiße ist. Nein, wir sprechen ingame. Ja, wir sprechen ingame. Alles ingame. Alles ingame. Was war nochmal die Taste für ingame-Chat? Kannst du auch Voice Activation oder, ich glaube, C oder Z oder irgendwas war das? Nein, C, oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Ne, ne, C ist was anderes. Ah, so. C ist Crouch. Oder Z oder so. Bei welchen Teilen greifen? Drücken, um zu sprechen, ist bei mir T. Ja, genau. Und Z ist schreiben, so viel ich weiß. Ja, Z ist schreiben. Achso, okay. Alles klar. Okay, Moment. I'm ready to rumble. Äh, me too, and I'm gonna say something in this chat now. Boah, ne? Wow, those jokes. Wow. Bleib hier. Habe ich dich? Ne, habe ich hier noch nicht. Ich glaube da nicht. Ja, dann war es nur bei vernünftig fahren. Ja, ich fahre hier nicht. Wo geht's denn hin? Vernünftig fahren? Wo geht's denn hin? What the? Keine Ahnung. Wie hört sich das jetzt an für euch? Bestimmt scheiße. Ja, da links. Da links. Hier so. Ja, ich weiß jetzt. Ne, das war schon zu weit drüber. Wir müssten da rüber. Da, wo das große Schiff so etwa war. Ja, schieb mich mal ein Stück. Oder auch nicht. Voll daneben. Fahr hier einfach den Gang entlang. Und dann immer schön links halten. Längs. Längs. Oh, drei, vier. Wenn du fragst, wieso ich dich los schicke, um Sandman zu killen und es dich selbst mache, ist das erstens mal eine gute Frage. So, hier kannst du den neu holen. Zum zweiten ist Sandman ziemlich schlecht. Das braucht man's nicht mehr. Achso. Kannst mich aber abholen. Bett ist dran. Kannst mich aber abholen, wenn du willst. Jetzt hab ich mich grad auf die Kanone gesetzt. Wo bist du denn? Auf dem Weg. Und kaputt. Bin drin. Für die zwei Meter, weißt du? Ja. Du bist doch faul, ey. Gäme uns so. Faul und stinkend. Ja, der ist so faul, ey. Zwei Meter, ey. Hol mich mal ab, weißt du? Ja, klar. Was muttern mut? Ja, klar. Oh, herrlich. Also, ich muss sagen, bei der geht die Flacke echt gut ab, gerade so. Finde ich, das ist schon ganz cool. Das ist wahrscheinlich wieder irgendein Cheat aktiv. Alter, ich stehe so weit hinten und trotzdem schießen die mich ab. Ich hab kein Ziel, kann mich irgendwer helfen hier. Danke. Ganz weit weg. Hallo, Hilfe. Ich komm doch. It's so fluffy, you're gonna die. Sauber. Ne, gleich level up. Alter, hat der wieder ein Schild. Oh, ultra leck. Ja, DJ hat bestimmt wieder Cheat aktiviert. Ja, gell. Was hab ich? Wie das in seiner Loot-Hand alles irgendwelche Dinge droppt. Was? Ne, ne. Ja, er hat irgendwie Waffen, die sind zehnmal stärker und, äh. Bist du mich verarschen? Ich hab die Flacke gerade vom Homo Fitchi aufgesammelt. Ja, das stimmt echt. Die hat sich einfach so weggesnackt. Ja, wenn du dich auf den Boden schmeißt, alles was auf den Boden liegt, gehört mir. Ja, dann wissen wir ja, was das für eine Flacke ist. Ja, was ist denn das für eine? Ja, bestimmt für eine Loot-Hand. Gab's da eine Flacke? Ja. Das ist wirklich die Loot-Hand-Flecke. Ach, scheiße. Ja, okay, dann ist klar, warum du so viel Damage machst. Flacke Loot-Hand-Edition. Okay, neues Gebiet, das heißt neue Episode. Richtig. Zwei Sekunden drüber, also. Ist ja, das war's, das ist gerade eben, war ja kein neues Gebiet. Ich kann erstmal noch skillen und ich skille, soll ich das unten skillen oder soll ich erstmal das gern? Boah, ich brauch's noch. Ah, ich kann das skillen. Ein, ein Drittel brauch ich nach so einem halben Level ab. Ich hab ne neue Fähigkeit, huah. Welche? Siehst du gleich. Ich weiß gar nicht, was ich gelevel, äh, ge-ge-geskillt habe, ehrlich gesagt. Jetzt weiß ich auch, warum ich den, äh, skill-punkt rausgenommen hab, damit ich das zählen kann. Und vielleicht ist das nächste Level. Guck, ich zeig dir, was ich kann. Ja, das ist kein Gegner. Eins der schöneren Gebiete in dem Spiel. Ich guck mal. Ach, das ist jetzt hier dieses Stumpfe rumgespringen, ne? Was? Ja, und dann ist doch hier, Ombud, ist doch hier so ein Boss, oder nicht? Huah! Oh. Ach so, das war ein, äh. Dahin wird Schild irgendwo Grendel. Ja, den werden wir besuchen gehen. Oh, Luthanscheidern, Grendel. Hat die Andy gedroppt. Und zwar ne geile Version. Ja, du hast ja eh noch alle von denen, ne? Ja, natürlich. Die meisten Leute wissen ja gar nicht, was die, äh, Little Eevee eigentlich für'n Special-Effekt hat. Verratet's mir doch mal. Was? Keine Ahnung. Ich nutze ihn nicht. Die Little Eevee. Was ist das denn? Die Shock-Pistole. Little Eevee. Keine Ahnung, was er kann. Little Eevee? Ja. Kennst du ihn nicht mal, oder wat? Nö. Oh mein Gott. In dem Fall kennst du auch nicht das Easter Egg von Bioshock. Äh, nö. Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Wartet mal kurz. Ops, da kommt alle. Aber hier war ich schon mal. Ja, hier kommt auch nicht Little Eevee normalerweise. Okay. Er sagt, wartet mal kurz und du bist 13.000 Milliarden, Millionen Kilometer vorne raus. Ja, Moment, halt, ich werfe euch hier ne Eevee hin. Wenn ich sie dabei habe. Ich kenn die Eevee. Ja, aber... Ich, nee, ich werfe sie trotzdem hin. Vielleicht weiß ich da, was sie macht. Ja, Moment. Aber ich weiß halt nicht, was sie macht. Ja, Inventory-Bugs. Pistolen. Jetzt schon lang nicht mehr. Nö, hab ich nicht da. Aber dafür hab ich die Waffe. Guck dir die mal an, die ist OP. Sandless gespawnt. Muss man nicht mehr. Okay, auf jeden Fall der Special Effect ist, äh, für jeden Gegner, den du tötest, mit der Eevee, bekommst du... Kreml ist tot. ...bekommst du, äh, Cooldown auf alle Fähigkeiten. Was? Echt jetzt? Ja, ist echt so. Wer den Loot handt war, der Effekt verstärkt. Ziemlich geil. Wusste ich aber auch lange Zeit nicht, dass das den Effekt eben hat. Turn it round, pretty lady. Okay. Ja. Sind wir jetzt hier durch, oder was? Ja, genau. Wir sind jetzt hier durch. Ja, das Gebiet war nur für Krendel gut. Nein, wir machen jetzt hier so und einen auf diesen da. Oh, warte, ist schon wieder der hoch, oder was? Das ist ein Rundkurs mit Krendel. Wir müssen da jetzt nochmal einmal durch. Ach, wer hat's laber? Das ist DLC nicht, oder was? Doch, ich hab das aber ewigkeiten her, wo ich das gespielt hab. Ja und? Ich hab's auch. Ich hab's auch vor Ewigkeiten selbst nochmal gespielt, aber halt irgendwie zehnmal, oder so. Naja, ich hab das nur einmal gespielt. Äh, hier, Omo Fitchi, spring da mal rüber, du bist doch so schnell. Ich kann da nicht drüber springen, ich kann da hoch springen. Ja, dann mach. Weil wegen Grenade Jump Skills und so. Du musst nämlich nicht bremmer durch. Krafte, glaub ich, von da nicht. Aua, mich greift was an. Äh? Ich will das schaffen. Ach, da hinten? Hier könnte ich hochkommen. Ja, glaub ich auch eher. Yes, nice. Quest holen. Nämt mich der Boss. Den Boss. You are the Boss. I am the horse. Together we are the Boss. Ich will auch der Boss sein. Awww. Bin ich jetzt hier eingebuckt? Ah, ne doch, komm raus. Du bist der, du bist der Bugboss. Bugboss. Ich bugse gut. Du weißt ja, was ein Bug ist, ne? Ja, klar. Hälfer. Das ist sehr effektiv auf Psycho. Was soll ich über die neuen Pokémon-Spiele reden? Nicht! Zelda ist besser. Nein, die neuen Pokémon-Spiele. Und Mario 3D ist auch besser. Nein, die neuen Pokémon-Spiele. Nein. Ich finde Pokémon X und Y dann auch nicht schlecht. Aber ganz ehrlich, Zelda Between Worlds ist besser. Und an zweiter Stelle würde ich sogar noch Mario 3D sagen. Vor Pokémon. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, mit der Flecke auf die Kristallisten zu schießen. Ich hatte auf dem komischen Wichser-Ding-Dreckskacke da geschossen. Nichts auf die Kristalle. Ja, Problem ist, wenn du mit der Flecke schießt, schießt du auf alles. Ganz einfach. Ja. Das ist bestimmt nicht gut. Das gleiche Out-of-Money. Du siehst schon kommen. Ich bin mal so nett und sammle dir Muni ein, dass du weiter schießen kannst. Jetzt ist doch eine Scheiße, ich habe echt nur noch 24 Schuss. Da. Da. Ich habe über 100. Da. Jetzt hast du wieder. Oh, jetzt habe ich wieder 83. Ey, das ist echt der Nachteil bei der Butcher, ne? Ja. Ja, die brennt durch Muni durch. Das gibt's nicht. Außerdem, es sollte mehr Sniper und Shotgun Muni geben. Ja, finde ich auch. Aber ich habe auch nur 200 Stücke. Ich glaube, ich habe noch keinen Upgrade geholt. Meine. Der Sound ist gerade geil. Weil, also ich finde die Munitionsvorrat sowieso ein bisschen mickrig. Ja, Mann, ich muss halt ein bisschen was einsammeln, nicht einfach nur durchrennen. Wie wir das gerade machen. Ja, bei der Shotgun ist es aber so, bei den Granaten, dass du da gar nicht, die kriegst, du gar nicht. Hier kannst du das Ganze kaufen hier. Mache ich jetzt auch SMG-Harma voll. Da. Ja, guck mal, hier ist Sniper, nur 120 Schuss. Ja, und? Wir benutzen nur eine Liuda, oder wat? Hä? Wir benutzen nur eine Liuda, oder wat? Nein, ich benutze nur Shotgun mit dem Neckro. Ja, so. 200 Schuss passt doch. Ja, aber, ja klar, einmal draufgedrückt bei der Batsche, weg. Weg. Ja. Nee, das Magazin hat doch nur 14. Brauchst doch nur 14. Also, hier gibt's... Warte, lauf nicht so weit weg. Es gibt hier zwei Sachen für Borderlands-Sachen. Dinger da. Einmal hier ein Kammer-Symbol. Ja, das da unten an der Kiste kenn ich. Genau. Und dann kannst du einmal hier durchsneaken. Dann kriegst du hier nämlich noch was. Ja, ja, ihr macht das schon. Würde sonst niemand haben. Was? Das ist eh peach. Einmal Schockresistenz-Kacke da, und einmal... ...Pelotonie. Wer ballert gerade auf mich? Ja, zwei hätte ich jetzt gesagt. Jetzt noch einer. Wo ist der? Da hinten irgendwo. Da. Da. Ah, da. Also, ich krieg... So. Ist der jetzt runtergesprungen? Ja. Ja, hier unten ist das. Genau. Ich soll jetzt da runter springen? Ja, zu mir. Okay, Moment. So, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Es gab ein kleines Problem, aber... Ja, pass schon. Da, 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 da. Was gibt's da? Ja, kannst du gecoucht durch und gibst den Borderlands Schrank. Nicht nach dem Ducken. Wie willst du mich denn bücken? Ah, so, okay. So was nennt sich echt doch so. Ich hab dir zu viel ein anderes Spiel gespielt, das ich jetzt hier nicht erwähnen möchte. So. Keine Fremdsinn. Ist doch cool. Ja? Achso, nee, du meinst was anderes, okay. Ja. Ja, kann man sich da überhaupt bücken? Ich glaub nicht. Klar kann man sich da bücken. Ich will mitreden. Was? In dem Spiel kann man sich echt ducken? Ja, aber sowas von. Echt jetzt? Mein Gott. Das wär total sinnbefreit. In welchem Spiel? Von was redet ihr? Ah, warte mal. Du bist doch nicht so der Manga- und Anime-Gucker, oder? Nee. Ja, dann interessiert es dich auch nicht. Ja, würd ich auch sagen. Aber das ist eigentlich, wenn man's so sieht, ist das schon echt geil. Ja, also er zählt halt wirklich die ganze Story, ne? Äh, ja, nicht ganz. Ja doch, also alles was du quasi so auch lesen kannst, ab dem so und sovielten Band, kannst du auch spielen. Nach Pain. Genau. Und wer aufgepasst hat, weiß jetzt auch, von was wir reden. Alles was, alles was davor ist, ähm... Ich hab immer noch keine Ahnung. Ja, du kennst das wahrscheinlich nicht. Hilfe. Aber die, äh, die Leute, die das kennen, die wissen Bescheid. Genau. Boah, Alter. Was sind das für Drecksviecher, ey? Was sind das für Drecksviecher, ey? Also ich hab wieder raus. Oh, eridium. Das war meins. Alles was auf dem Boden gehört. Schaff ich das, ne? Schaff ich nicht. Muss doch von oben angucken. Ich hab gehört, alles was auf dem Boden gehört mir. So. Ja, die richtige Waffe, okay. Einfach reinhalten in die Ecke. Und alles hingezogen durch den... Nein! Ich wollte dahinter... Schaff ich das. Schaff ich doch alles zusammen, man. Ich tu einfach einen Schuss drauf und dann... Schaff ich. Also, ihr sind schon alle tot. So, Kisten öffnen. Muni, Muni. Bist du ernsthaft runtergesprungen? Jep. Bei Quest und so. Woher sollte er wissen, wo deine Familie lebt? Aber ich bin fertig. Alter, lass mich durch da. X markiert die Stelle. Eine Riffel. Die Rapier. Oh, ja. Geil. Oh, ja. So, jetzt muss ich ja wieder hochkommen, ne? Nachdem sie ihn gehängt hatten, kamen sie ins Regen. Kamen dahinter, dass ich noch nie wen gekillt habe. Ich schätze, sie werden Knarren aus der Schatzkammer stehlen und mir irgendwann in den Rücken schießen. Mr. Salmon. Ich sterbe lieber, bevor ich meine eigenen Leute töte. Warte so lange nicht. Mit mir ist das alles gut, Leute. Captain Blade. Ende. War doch hier eigentlich. Egal. Ja, die Reichweite ist aber scheiße von der Waffe. Och, ich benutze weiter meine 63er Waffen, bis ich 72 bin. Och, da habe ich einen Durchborschuss gehört. Von mir? Ja. Nein, von Macromancer. Genau, von Macromancer. Was ist von mir? Nichts. Du hast gerade einen Borscheiß rausgehauen. Ja, ja, klar habe ich das. Aber sowas von, Herr Mark. Weil ich das ja auch so skillen kann, ne? Ja, ja, ja. Ja. Sterbe ich hier auf der Leiter? Sterbe ich hier auf der Leiter? Sterbe ich hier auf der Leiter? Nein, ich sterbe nicht auf der Leiter. Boah, bist du ein Kack-Noob, ey, wenn du das nicht kannst. Und hier ganz wichtig jetzt, ganz ganz wichtig. Erst Sandman und seinen dicken Freund töten und dann alle anderen. Also hast du gehört? Aufpassen, Junge. Also nicht hier Flecker. Also erstmal die ganzen Minions töten und dann die beiden. Genau. Also wenn ihr natürlich den Borsalance-Rang haben wollt. Ich habe den schon. Ich will den haben. Jetzt lernst du das große Schmerz. Big Sleep, Kill, Smash, Kill. In kleinen Portionen, komm! Warum heißt er nicht Kieftesteinmann? Sandman hört sich doch viel cooler an, Junge. Das wird dir nicht gefallen. Wo ist denn der? Da oben, ne? Ja. Den da killen? Ja, den Big Sleep und den kleinen. Und den Big Sleep jetzt. Sandman ist tot? Jetzt müsst ihr was bekommen haben. Aua! Eibeuter. Ich warte noch schon. Ja, dann passt ja. Dann für die Zuschauer halt. Lebst du wieder? Ja klar. Dann kann ich ja jetzt wieder die Flakern nehmen. Ernst du machen. Und ich guck mal hier, so ich's Fernrohr. Aaaaah. Man hat ja sonst nichts zu tun mit den Gabern, ne? Genau. Ja, dann guck doch. Oh, Iridium. Wer brüllt denn da die ganze Zeit? Ach so. Ich hab mal gesagt, der da. Der will nicht, dass wir da durchgucken. Ich dachte, wer brüllt denn da die ganze Zeit? Ich hab mein Action-Skill aktiviert. Nein, das ist X-Wing mit Sanne Sirene. Nee, nee, nee. Wenn dann hätte das sich eher angehört wie ein Ganserker. It's a Fluffy, I gonna die. Nein, das war X-Wing mit Sanne Sirene. Guck da mal ins Gesicht, hey. Ja, hier. Ey. Was? Wo, 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 wo? Wo seid ihr? Irgendwann saß schon wieder was episches. Ja. Jawoll. Epic. Super Aim-Shot. Haben wir jetzt hier alles eigentlich? Äh, waren das nur Zweigkammer-Symbol eigentlich hier? Ich glaub schon, ne? Guck mal kurz. Alter, was ist das denn, bitte? Ist das ja nicht der Lehrerin oder was? Für die ganze Zeit, Alter. Ja, es sind nur zwei. Das ist mir grad erst aufgefallen. Alter. Schau mal meine Let's Plays. Da hab ich schon 30 Parts oder so. Ja, wow. Das bringt's auch so. Ja, ich bin ja schon lange nicht mehr dabei gewesen. Ich schau deine LPs und weiß welchen Skin du immer anhast, wenn man das auch sieht selber. Ja, immer wenn ich I und so drück. Nee, ich, äh. Ja. Oder schau die Let's Plays von Laharl. Ach nee, da war ja was. Kommando. Kommando. Ja, Kommandos machen keinen Schaden, ne? Hab ich schon mal gesagt. Hack doch nicht immer so auf den Kommando rum. Ich spiel ja selber ein, ne? Er kann doch nix dafür, dass er keinen Schaden macht. Ja, er kann nix dafür, dass er der einzige fairer Char ist. Ja, hier. Das, 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 das einzigste, wo er wirklich ein bisschen Schaden macht, ist, wenn er, wenn er den Skill hat, wo er den Schaden erhöht. Wenn er ein Geschütz draußen hat, ja. Da gibt's so einen coolen Ingenieurs. Mhm. Gedingste da. T, 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 t. Genau. Genau. Also, wieder Episoden-Cut. Weil wegen der Abschnitte... Ich würd's sagen, ja. Ja, ja, 20 Minuten fast. Okay, also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.